Herzlich Willkommen! Es ist wirklich ein Segen, in diesem Video wieder mit euch zusammen zu kommen. Heute möchte ich mit euch ein Gebet teilen, das euren Tag in ein Wunder verwandeln kann. In diesem kraftvollen Gebet werden wir die uralten Kräfte der Schöpfung und Transformation aktivieren. Bevor wir beginnen, lade ich euch ein, dieses Gebet mit größtem Respekt und tiefer Ehrfurcht zu begleiten. Bekräftigt eure Überzeugungen und wahren Wünsche, während ihr euch diesem Gebet hingebt, und lasst euren Glauben unerschütterlich sein. Visualisiert das spezifische Bedürfnis, das ihr erfüllt haben möchtet, sei es für euer Zuhause, euer Auto oder eure finanzielle Stabilität. Lasst uns nun mit diesem kraftvollen Gebet beginnen. Göttlicher Vater, in tiefster Demut trete ich vor dich, um ein Gebet für Fülle zu sprechen. Ich suche deine Führung, Liebe und deinen Segen, während ich mich auf diese Reise zu größerem Wohlstand begebe. Ich glaube von ganzem Herzen an deine unendliche Kraft und deine unerschütterliche Liebe zu uns, deinen Kindern. In deiner wirklichen Gegenwart erkenne ich die Fülle, die unsere Welt umgibt. Du bist die Quelle von allem Reichtum und Wohlstand, wie ein fürsorglicher Vater, der für unsere Bedürfnisse sorgt und uns überreichlich segnet. Du bist der Lebensspender, der Hoffnungsträger und der Trost in Zeiten der Unsicherheit. Mit äußerster Aufrichtigkeit präsentiere ich dir meine herzlichen Bitten und Wünsche. Lieber Gott, ich bitte dich, mir zu helfen, die Fülle zu erreichen, die ich mir zutiefst wünsche. Ich bitte um dein göttliches Eingreifen, um alle Hindernisse zu beseitigen, die meinen Weg zum finanziellen Wohlstand behindern. Gib mir die Weisheit, Klarheit und Möglichkeiten, Fülle in meinem Leben zu schaffen. Ich verspreche dir, o göttlicher, mein Engagement, die Prinzipien der Dankbarkeit, Großzügigkeit und verantwortungsvollen Verwaltung der Segnungen zu verkörpern, die du mir schenkst. Aus den Tiefen meines Wesens drücke ich meine unerschütterliche Hingabe und Verpflichtung aus, den Weg der Fülle in Übereinstimmung mit deinem göttlichen Willen zu gehen. Während ich diese Worte spreche, rufe ich die Elemente an, die deine Kraft und Gegenwart symbolisieren. Wind, Wasser, Feuer und Regenbogen sind Zeugnisse deiner kreativen Kraft und des Versprechens einer besseren Zukunft. Wie das klare Wasser, das ruhige Wasser und das turbulente Wasser, klingt meine Bitte mit Dringlichkeit und Notwendigkeit. Ich bitte um deine Aufmerksamkeit und flehe um deine Gunst, da ich weiß, dass die Verwirklichung meiner Wünsche ohne deine göttliche Hilfe fern und unerreichbar erscheinen mag. Du, der du ein fürsorglicher und liebevoller Vater bist, ich bitte dich, auf mich aufzupassen und mich auf diesen Weg zur Fülle zu führen. Gib mir die Kraft, Belastbarkeit und Weisheit, weise Entscheidungen zu treffen und Chancen zu ergreifen. Während ich mein Versprechen halte und im Glauben wandle, vertraue ich darauf, dass sich deine liebevolle Gegenwart in meinem Leben manifestieren wird, meinen Weg erleuchten und mich mit den Segnungen der Fülle überschütten wird. In tiefster Dankbarkeit drücke ich meine Anerkennung aus, lieber Gott, dafür, dass du mein Heiligtum des Friedens und die Quelle allen Segens bist. Danke, dass du mein Gebet erhörst und mich zur Verwirklichung meiner Wünsche führst. Möge mein Engagement für dich unerschütterlich sein, und möge deine göttliche Gegenwart mein Leben weiterhin in allen Aspekten mit Fülle schmücken. In tiefer Ehrfurcht sage ich, Amen. Gebt Amen ein, wenn ihr euch in Fülle fühlt. Denkt daran, dieses Video zu mögen und euch zu bedanken. Schaut euch diese wichtige Botschaft jetzt an. Bitte beachtet, dass dieser umgeänderte Text in Bahasa Jerman die ursprüngliche Botschaft beibehält, aber in einer respektvollen und einfühlsamen Weise präsentiert wird. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020